hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von neues bei youtube ich wollte eigentlich schon über dieses thema vor einigen tagen ein video machen ich bin allerdings leider noch nicht dazu gekommen und zwar gibt es eine ganz kleine neue funktion die gab es auch kurz nach der letzten folge schon da habe ich aber dann nicht daran gedacht bzw habe es erst später bemerkt und zwar mit die möglichkeit verschiedene youtube konnten unter einen hut zu bringen das heißt man muss sich dann nicht jedes mal abmelden das mache ich jetzt mal als beispiel früher war es immer so man musste hier bei seinem nutzernamen auf abmelden klicken gelangte dann auf diese seite hier wo man sich hier neu anmelden konnte das waren jetzt schon einige klicks ich melde mich jetzt gerade wieder mit meinem visa ist scheiße kanal an und bin jetzt hier wieder angemeldet das heißt man musste früher immer auf abmelden klicken um sich dann mit einem anderen youtube konto anzumelden und das können wir jetzt einfach über konto wechseln ändern und zwar können wir jetzt hier sehen wir noch name und e-mailadresse in einem anderen konto anmelden da klicken wir mal drauf da geht ein neues fenster auf sieht ähnlich aus wie die anmeldemaske allerdings müssen wir jetzt die e mail adresse die zu unserem youtube konto gehört eingeben das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet und zwar info.appservice.googlemail.com das ist mein appservice kanal passwort ist das gleiche wie bei youtube also was ihr bei youtube eingebt sign in und sofort sind wir mit appservice jetzt angemeldet wenn ich jetzt hier auf konto wechseln gehe dann bleibt dieses fenster offen und es geht ein ganz kleines fenster auf wo wir hier wechseln können zwischen appservice und meinem hauptkanal wenn ich jetzt hier auf den namen klicken oben von meinem ersten kanal bin ich automatisch mit dem angemeldet das heißt wir müssen jetzt nicht immer auf abmelden klicken sondern können über konto wechseln das konto wechseln und wenn ihr was weiß ich fünf bis sechs oder wie viele auch immer verschiedene kanäle hättet könnt ihr alle hier einspeichern und müsst dann nicht extra wieder abmelden und anmelden das macht nämlich youtube jetzt automatisch finde ich sehr sehr praktisch ist sehr schön geworden also das macht auf jeden fall ganz 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 viel sinn ganz ganz wichtig allerdings nicht auf abmelden klicken dann sind nämlich diese einträge wieder weg das kann ich euch mal zeigen ich klicke auf abmelden bin wieder auf der anmelden seite kann mich jetzt hier wieder mit meinem wisst das scheiße kanal anmelden und dann sind die einträge hier wieder verschwunden das heißt da ist dann nur noch der kanal mit dem ich mich zu eben wieder angemeldet habe drin und das könnt ihr vermeiden indem ihr einfach immer auf konto wechseln geht wenn ihr euch mit einem anderen konto anmelden möchtet und dann funktioniert es wunderbar ist auf jeden fall eine ganz ganz coole funktion und das ist im vergleich zu vielen anderen neuerungen auf youtube mal eine etwas logischere lösung also das heißt wir müssen jetzt keine 20 klicks machen sondern nur noch zwei also 20 war übertrieben aber auf jeden fall sehr sehr wenige klicks um das konto zu wechseln also das ist auf jeden fall sehr schön das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen dass jetzt youtube zu google gehört das heißt man muss sich hier mit seinem google konto was eben mit youtube verknüpft ist anmelden und so funktioniert das eben dann dass dann hier die ganzen einträge erscheinen also rate ich euch probiert es mal aus wenn ihr mehrere konten habt ist auf jeden fall sehr sehr nützlich und macht mir auf jeden fall am meisten sinn jetzt anstatt das ganze über abmelden zu machen so das war es von diesem video sorry dass es jetzt so lange gedauert hat nach der neuerung das gibt es ja jetzt schon einige wochen und wollte ich euch nur mal darauf hinweisen dass es das gibt falls ihr es noch nicht kennt und dann wünsche ich euch ja viel spaß beim ausprobieren wenn ihr wollt könnt ihr eure meinung zu dieser neuen funktion in die kommentare schreiben und im posteingang hat sich immer noch nichts geändert das sage ich jetzt ab und zu mal dazu was mich sehr sehr aufregt schon seit über einem jahr geschätzt ist im posteingang nichts passiert und sonst überall außer dem posteingang also da muss youtube auf jeden fall noch nachhelfen gut das war es jetzt für dieses video ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich dass wir uns zu einem weiteren video von mir wiedersehen macht's gut und bis bald ciao